Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge gegen Mr. West. So, wir schauen mal rein. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. So, wir haben endlich endlich Waffe 2 mit dem Franzosen. Das wird ja auch mal Zeit. Ich meine, gegen die Deutschen wird es natürlich noch mal eine ganze Spur härter. Wir haben, meine ich, jetzt auch so irgendwie... Oben die ganze Route besetzt. Ja, ach, da sitzt so deutsche Artillerie noch. Okay, das... Ich würde sagen, da wird sich jetzt mal zurückgezogen. Da kommen wir jetzt nicht mehr wirklich weiter. Ja, der... Wenn er noch überlebt, wäre gut. Ja, das war's. Ja, dann würde ich mal sagen, ziehen wir uns mal da weg zurück. Gucken wir mal, ob wir woanders noch was machen können. Ja, das war's. So... Da wird der nächste klein gebombt. Ja, da müssen wir unbedingt jetzt mal englische Truppen hinverlegen oder keine Ahnung, was wir machen. Oder vielleicht einen Franzosen. Dass wir da auch mal ein bisschen nach vorne kommen. Ja, da habe ich vergessen zu verschanzen. So... Ja, jetzt kommt Nancy, wird wahrscheinlich wieder rausgebombt. Ah, der hat aber auch Stufe... Nein, er hat auch Stufe 3, müsste er auch schon sein. Aber... Hat 2 verloren? Ich habe keinen verloren. Das ist schon mal gut. Ah, schießt mit ihm. 2, 3. Jetzt weiß ich mal, wie viel Gasgranatenproduktion er hat. 2, 3. So, genauso wie ich. Na... Oha, 5 zu. 5 zu 2, also ja bitter. Na, aber... Kann sich nicht mehr verschanzen. Das heißt, die Einheit ist jetzt auch... Hops. So, und da schießt er jetzt auch nochmal drauf. Ich glaube mit 6 Schuss. Dass er da oben auch nochmal durch kann. So, wir schießen aber auch mal. Eigentlich wollte ich Lüttich haben, aber dann... Oh, 4 zu 1. 2 zu 4. Das war gut. Ja. So, 3 zu 2. Er verkauft sich auf jeden Fall sehr teuer. So, zerschlagen. Ja. War klar. So. Na. Na, wenn die da sind, ist immer noch besser als... So, da wird gescoutet. Komm. Jawoll. Tauch ab. Müssen wir gucken, dass du jetzt irgendwo mal da wegkommst. Brauchst auf jeden Fall einen Hafen. Russland ist ja jetzt nicht mehr da. Das heißt, da müssen wir dich wegschieben. So. Er wird wieder fleißig umgruppiert. Und das war's. Ja. Jetzt haben wir diverse Ortschaften verloren. Da ist eine Artsellerie gezichtet worden. Da ist ein leichter Kreuzer. Und eine Entscheidung. So. Laut dem Chef des Imperialen Generalschafts sollen Irv von Calvin entsenden, um unsere Verbündeten aufzubauen und Kommando Italienische Einheiten zu übernehmen. So würde uns... Information. Das heißt, Italiener würden 2000... Ja. Das werden wir auf jeden Fall machen. So. Entscheidung. Ein großer Einzelnen tschechisch-schlopatische Gefangenen würde uns 150... Ja. Jede Einheit ist wichtig. So. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob man hier unten noch was machen kann. Aber ich werde mir das überlegen, wie ich da weiter vorgehe. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 so ein 2 zu 3 4 zu 2 den nehmen wir uns noch mal mit das war sogar ein zu null ist natürlich eine schöne sache du bleibst da verschanzt soll doch das feld hier in weiten belgien wieder haben ich werde dann nicht rein gehen bringt nämlich nichts so dann kaufe ich mir mit england forschung gas kanad produktion wäre schon wichtig eingraben auch aber ich brauche mit dem ich brauche meinen Chor wieder und das Chor so dann setze ich dich dorthin du dahin so du kannst noch abgegradet werden du auch du kannst nicht du könntest oder auf stufe 4 was ist besser mal überlegen vielleicht habe ich für 29 punkte auch noch diverse andere verwendung zum beispiel hier mal ein paar truppen rausholen so truppentransporter kostet mich 20 scheiße du kannst gar nicht mehr du kannst noch da ach shit oh man tja du kannst noch da gehen dann seid ihr sowieso tot so komm du warst verlegt und ihr ich wir wir so du kannst dich dann nur noch da verschanzen und hier gibt es glaube ich nächste runde habe ich dann wahrscheinlich auch versorgen du hast noch fünf und der rest hat vier das heißt ein bisschen glück krieg ich dich noch raus dich wahrscheinlich eher nicht und du bist tot so ziehen wir noch nach unten ja ja so schon mal dachte vielleicht wird die versorgen mal besser aber eigentlich nicht so doof verschanzt dich hier und du kriegst noch eine wenigstens ein upgrade ihr bleibt da wo ihr seid drei geschosse so das war es hiermit jetzt könnte ich mich mit dem franzosen noch ein core kaufen hat 48 und fährst mal hier in den hafen du da und du hier da kannst du nächste runde upgrade bekommen und dann schauen wir mal so diese blockade hält hier du gehst mal hier du hast noch genug versorgung im modus jagd und dich muss man mal kommt ja gar nicht mehr raus oder ich hätte noch zwei bewegungspunkte mehr krass wusste ich gar nicht wenn man hier rein fährt kommt man nicht mehr raus das ist natürlich übel das wusste ich auch noch nicht so dann geht es weiter mit italien so neue einheiten das co hier hier so repariert du auch ach shit schon wieder schon wieder so ein mist so neue einheiten eine co kommt hier hin das zweite co kommt nach berona da steht schon mal nicht ganz an der front hat er nun 50 prozent moral so ich könnte ihn hier entsetzen da entsetzen ich kann ihn auch einfach nur verschanzen so du stehst noch ganz gut bist auch ganz gut eingegraben da kommen die wahrscheinlich erst mal nicht dran so jetzt habe ich 113 noch zur verfügung mit italien kann ich mir hier nix kaufen von grabenkriegsführung auf stufe 1 grabenkriegsführung auf stufe 1 ja das war es hier kaufen forschung mit der industrie technologie dafür bekommen und infanterie waffen wird geforscht grabenkriegsführung wird geforscht infanterie waffen wird geforscht das heißt du kriegst immer noch mal einen auf industrie tech und dann nochmal hier nochmal einen rein und komm grabenkrieg nochmal ein das war es jetzt schon ja es sieht alles nicht gut aus sagen wir es mal so so du kannst einfach schon eingraben ich ziehe ich mal nach oben hier unten habe ich schon zwei kollegen stehen kann ich dich noch hier kann ich nicht schade so mein tier hier so hier kommt die route rein die nach italien klappt auch wieder die wird boykottiert jawohl und dich kann ich nächste runde upgraden kann ich dich nicht mehr aber nächste runde kann ich euch beide upgraden da werden wir gucken ob man hier vielleicht eine englische front noch aufbauen können dass man hier noch ein bisschen nichts zu tun so würden als wenn wir hier die engländer aufhalten können war die bräuchte ein paar kurs und so du gehst schon mal zu fuß nach unten so ein punkt mehr da oben sieht ganz gut aus da oben sieht ganz gut aus da steht wenigstens die fernblockade jetzt mal und der deutsche geht moral auf jeden fall schon mal nach unten ein bisschen italien ist noch ganz gut dabei na Frankreich ist halt echt beschissen ich hoffe wenn amerika in den krieg eintritt da wollen wir mal schauen diplomatie sind wir jetzt bei 84% ja wir kriegen jede runde ein bisschen was dazu aber hier wird es echt bitter jetzt na übrigens habe ich jetzt auch schon infanterie waffen 2 moral hat der echt ach scheiße so glück gehabt würde ich mal sagen das war jetzt moral ein bisschen schlecht dabei aber das ist eh egal wenn er hier mit arterie volles feuer drauf macht auf tour dann wäre das eh egal schade noch sie war schön gewesen ok lüttich na ziehe ich dann wahrscheinlich ein mpp ab immerhin so ah ok das war dann wirklich hier wirklich alle aber schon krass ja was da jetzt auf und zu kommt wahrscheinlich stehen hier genauso viele truppen da irgendwo eigentlich hätte ich ja holland angreifen sollen da hätte ich dann hier die front gehabt das wäre natürlich dann hätte ich hier schön eigentlich relativ gut halten können ja über den fluss rotterdam den haag wenn er mich dann hier irgendwo angegriffen hatte hatte ich hier quasi also 1 2 3 4 felder mehr aber er hätte wahrscheinlich leute aus russland wegholen müssen egal so ist es jetzt man lernt durch seine fehler und dann würde ich sagen hier habe ich niemanden mehr er kann den wenigsten nicht mehr weiter runter holen die 47 bewahre ich mir für nächste runde auf weil ich dann a wieder hauptsächlich upgraden muss und b muss ich ja dann wieder einheiten nachkaufen also ich hätte es schon nicht mehr geschafft habe meine verluste nachzukaufen das ist natürlich ärgerlich aber 148 kostet mich das dann beende ich den zug ja nachschubmangel ja ist mir klar der hat nachschubmangel der hat wahrscheinlich gleich hinter sich so unsere deutsche soldaten verbreiten welche wichtige ideen im deutschen reich die organisation gegen den krieg breite sich in österreich und ungarn aus das ist gut die griechen sind in frage des krieges weiterhin gespalten und besteht gefahr dass ihre flotte in mittelmächte anschließt es wird daher vorgeschlagen dass die griechische marien annektieren und ne du ja so okay das würde uns was bringen unser versuch in griechische marien zu aktieren würde nicht zwangsläufig zum erfolg gekonnt sein sollte er scheitern können wir könnte das geschehen das verhindert versuchen ihre schiffe könnten zum feind überlaufen gleichwohl die schiffe sorgfältig planen und gut zusammen tun dürfen sie erfolgsaufsicht mit ja entscheiden ja da so so ah ok so dann seereinheiten der unton stören die deutschen porte seereinheiten blockieren die deutsche das deutsche reich so er wird wieder gewählt und wir kriegen panzerkriegsführung auf stufe und grabenkriegstufe 4 das ist gut usa geburt jagdschufe 1 gut ich nehme meine handelsroute ist wieder da das war schon mal schön frankreich auch noch ein bisschen geld und italien gut alles klar dann vielen dank fürs zugucken jetzt wird es richtig hart werden ich bin mal gespannt ob ich jetzt noch in frankreich noch ein paar erfolge habe ich muss jetzt versuchen irgendwie italien und frankreich zu erhalten da wird die fronte ein bisschen kleiner geworden aber es sind einfach zu viele deutsche wir müssen mal schauen dass wir die moral von denen da irgendwie nach unten kriegen ich bin da gespannt wie alles klar ich wünsche euch was dann vielen dank fürs zusehen lasst gern ein abo da bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss